Die Flüchtlinge erhalten bei uns Kostlogé und 40 Euro im Monat. Die Flüchtlinge erhalten bei uns Kostlogé und 40 Euro im Monat. Oh! Hallo Miriam! Wer hat das gesagt? Nein, ich habe gesagt, ich komme. Nein, ich habe mich immer am Samstag. Ja, nein. Nein, nein. Mach nicht. Gut. Okay, 40. Ja, das ist nicht mehr. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Na, ich bin wieder Samstag. Und wenn du einkaufen gehst, kannst du nur am Samstag. In der Früh. Dann greifst du ab um 7. Zack! Wecker! Machst du schon mal bei mir her? Um halb neun am Samstag? Nein, du warst verschlafen. Ja. 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 Oh, großartig. Wie geht's hier? Ich weiß nicht, wie sich das Wetter umschwimmt. Ich muss mich abholen. Okay. Ich muss mich abholen. Ich muss mich abholen. Okay. Wollt neben mir die Spannung steigt. Ich muss abhissen. Spaß. Spannung. Bär Schokolade. Ja. So. Lauf schon. Und und. Was tut ich jetzt? Was tut ich jetzt? Was tut ich? Du sag! Was soll ich jetzt? Jetzt ist auf jeden Fall Zeit. Was denn? Wegen der Ruhe. Ich ruhe. Ich ruhe. Beruhung auch. Wie auch immer. Bis morgen auch. Was soll ich jetzt? Ich ruhe. Ich ruhe. Ich ruhe. Ich ruhe. Vielen Dank.